Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Ah, cool. Live in the Woods. Hä? Okay. Interessant. Ah, diese verkackte Spinne. Hallo. Boxe! Was willst du? Duden! So. Ähm. Wollen wir uns mal langsam ums, äh... Um, das Ding, da kann man, äh, hier, Ding, äh, Ding, reinge, ding, ding, ding. Hoppala. Um, was? Was? Willst du mich verkackalbern? Ne. Wir kommen uns erstmal um Farbe. Uah, Hilfe. Da hab ich meine Maus verzogen. So. Nochmal. Ich kann's mir halt nicht merken. Speise. Mhm. Peach. Oliven. Okay. Was haben wir denn so? Bohnen. Geht das eigentlich auch? Ähm. Grünschiffer, Kreide, Schadenstein, Kalkstein und ne Druckplatte. Oh ja. Haben wir übrigens sowas? Kreide. Super. Geht das? Wow. Das war jetzt... jetzt sauber. Äh? Da. Oh. 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 Ah, geht, okay. Geht nicht, okay. Was hab ich denn noch hier? Ich hab eine Peach. Das ist viel zu wenig. Die brauche ich auf jeden Fall für... Dings. Ähm. 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 Für... Für... Na sag mal. Ähm. Für... Senfkörner. Oh, Senf. Hm. Walnuss. Kaffeebohnen. Äh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ähm. Ich hab ja wirklich gar nix hier. Entschuldigung. Das war mir grad ein bisschen zu laut. Ich glaube aber meine Kopfhörer sind zu laut. Eingestellt. Einen Moment. So. Mal runter gedreht. Hm. Zwiebeln. Oh, lecker. Zwiebeln. Hm. Davon pflanze ich mal ein paar ein und ein paar werde ich dann auseinanderreißen. Also ein paar einpflanzen, damit sie sich vermehren. Mach ich da einen. Da einen. Da einen. Da einen. Dich hau ich weg. Und da pack ich einen. Da. 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 Und da. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Was da noch gepflanzt ist. So. Den Rest. Bohnen. Geht nicht mit Bohnen. Sojabohnen. Ne. Ähm. Nochmal kurz gucken. Äh. Bebebe. Speiseöl. Oliven. Sonnenblumenkerne. Und. Und. Achso. Okay. Wie geht denn das vegetarische Dingsbums? Vegetable Öl. Ah. Mit Glasflaschen. Ah. Mandeln. Kastanien. Samen. Pistazien. Erdnüssen. Ich brauche eine Glasflasche dazu. Okay. Oh Gott. Ne. Ist zu laut. Ich möchte mal diesmal. Ich sollte mal aber auch aufhören. Andauernd die Musik. Die Musik zu switchen. Hör ich mal jetzt mal auf. Ähm. Ne Glasflasche. Da. Das heißt. Hier unten eine. Da eine. Und dann da eine. Ne. Damit nicht. Hiermit vielleicht. Oh. Guck mal hier. Vegetable Öl. Super. Hä. Ich habe nur ein Glas. Geil. Geil. Zack. 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 So. Jetzt mal da hin. Zack. 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 Da haben wir noch viel. Viel. Ähm. Sand. Gut. Zack. Zack. Was haben wir denn hier drin? Gar nichts. Gut. Ähm. Ähm. Währenddessen kann ich auch mal kurz gucken. Wie nochmal Glasflaschen gingen. Habe ich. Ah. Hat er glaube ich genau da umgeswitcht. schon wieder. Schon wieder. Wie kann ich denn wieder zurück machen. So. Drei. Okay. Ach dann kriegt man auch drei Glas gleich. Okay. Das reicht sogar. Hervorragend. War doch hier mit ne. Nein. War nicht hier damit. War das damit? Ich weiß es nicht mehr. Damit war es. Okay. So. So. Entschuldigung. Also dann habe ich da schon mal. Das ist ja ätzend ey. Dann bräuchte ich nur noch Wachs. Kann der Lila. Das müssen wir doch ähm. Haben oder? Da. Kann der Lila. Oh Gott. Ernsthaft. Wir haben nur so wenig. Drei. Garten Trees. Garten Trees. Ne. Huch. Kandelila Seeds Wie kriege ich die Seeds raus? Kandelila Seeds Hmm Hmm Nützt nichts, ich brauch äh Ich brauch das Wachs Müssen wir schmelzen, okay Machen wir mal hier Ja Warten wir mal eben Gartenkor Gartenkor Ich hab noch nie damit gearbeitet Also bitte nicht böse sein Willkommen 4 So Dann hätten wir das schonmal Ähm Ähm Uh, schwarzer Pfeffer So So Resin Und Holzkohle Entschuldigung Entschuldigung Resin könnten wir schnell herstellen Das wäre kein Problem Müssen wir sogar Um das zu beschleunigen Um das zu beschleunigen Nehm' hier mal drei, äh Fünf Knochen Mach daraus Knochenmehl Dann geh' hier einmal pennen Ah Und dich nehm' ich mit Und dich nehm' ich mit Ich hab' von allen jetzt vier Das heißt Eins Zwei Drei Vier Resin Geht jetzt gut schnell mit den Kartoffeln Und So So, jetzt müssten wir mit Glück Resin bekommen. Oder, ja, da haben wir schon einen. Haha. Sehr gut. Sehr gut. Wäre schön, wenn ich vier Stück bekommen würde. Und wäre auch schön, wenn... Ups. Wenn meine Spitzacke aushalten würde. Vier Stück. Sehr gut. Und wäre auch schön, wenn da... Zaplings rauskommen würden. Was? Ne, mal ein Zapling oder was? Okay, das ist jetzt echt erbärmlich. Nicht mal... Doch, ein einziger Zapling. Wow. Ey, du. Fall. Ach, ich kann auch hier runter. Ich habe nämlich die Tür zugemacht. Fünf Stück, hör von. Gut. Dann packe ich mal einen davon hier rein. Und den Rest schmelze ich. Währenddessen packe ich mal das da rein. Und... Das hier packe ich mal hier rein. Das ist unsortiert. Müssen wir besser sortieren. Halt, stopp. Ne, die brauche ich ja nicht mehr. Hat aber ordentlich viel Holz gegeben. Drei. Vier. So, wie war das jetzt? Einmal... Das. Das. Das und das. Zwei. Was hat da jetzt gefehlt? Ich habe doch von jedem... Jedem vier gehabt. Hä? Ich habe nur zweimal vegetarisches Öl gehabt. Hä? Es hat das. Ah. Ah. Ich glaube, das ist tatsächlich egal, wie man das reinpackt. So, okay, das... Finde ich komisch, wie man das da gemacht hat. Nun gut, wir haben jetzt das. Federn und Buch. Eins, zwei Federn. Bücher. Eins, zwei Bücher. Das packe ich da rein und das packe ich da rein. Einen davon brauche ich. Dann brauche ich viermal Gold. Und zwei Obsidian. Okay. Ich nehme da vorsichtshalber das ganze Obsidian. Dann das Gold. Eins, zwei, drei, vier. Ne. Da war das. Entwarns Enchantment Table. So. Dann. Würde ich gerne doch das hier machen. Genau das gleiche mit vier Dingsen. Eins, zwei, drei, vier. Dingsen. Ui. Ah, ja, ok, maximale Verzauberungsstufe 10, ok, S. So, Glück. Not enough bookcases, ok. Kann ich das Ding jetzt auch einfach so abbauen? Oh, bitte. Ja, kann ich. Ja, ich brauche jetzt, äh, Dings, ach verdammt. Oh. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Bücher. Oh. Papier und Leder. Okay, dann weiß ich ja, was wir in der nächsten Folge machen. Und zwar eine Tierfarbe. Halt, warte mal. Uh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Eins, zwei. Ne. Zwei. Ich hab ne Idee, was wir machen. Ja. So, Plünderung 3. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt nämlich, dass ich hier hingehe. So, zack. Dann das da rein. Neun Kosten. So. Und da ist auch schon das erste Testopfer. Hallo. 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 Hehehe. So. So. Ordentlich viele Sachen bekommen. So. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir mal auf Kühejagd gehen. Und wir wissen ja, wo es massenhaft Kühe gibt. Für die Tierfarm werden wir allerdings nicht alle töten. Also. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020